Was ist das, was meine Vorredner in Bezug auf die Losgrößen gesagt haben? Weil sie überhaupt kaum hinterherkommen, die Aufträge sie ausschreiben sollen, auch auszuschreiben. Also man muss sozusagen aus meiner Sicht nicht an der Stelle Losgrößen nur ansetzen, sondern in der Zweifel muss man sich eben gucken, hat man eigentlich das Personal an der Stelle, um das zu machen. Die Frage der Equal Pay ist natürlich, sagen wir mal für alle Parteien links von der Mitte, Frau Ruppert hat es gar nichts angesprochen, ein heißes Thema. Aus meiner Sicht ist es so, grundsätzlich ist die Frage der Leiharbeit erstmal, es war sinnvoll, dass man sie einführt. Gleichzeitig ist es so, dass viele Unternehmen, wobei das sich vor allen Dingen um Großunternehmen handelt, so Stichwort beispielsweise Airbus, missbrauchen dieses Instrument. Wenn man über 30% Leiharbeiter mittlerweile im Unternehmen hat, dann ist das eben nicht mehr das, was eigentlich mal intendiert war. Die Dreimonatsgrenze könnte ich mir vorstellen, dass wir das sozusagen durchaus wohlwollend auch sehen. Und ich finde, das ist eigentlich aber auch ein Punkt, wo ich es auch hier nochmal ermutigen möchte, dass das hier nicht so eine Monologveranstaltung wird, sondern gerade beim Schlagwort Bürokratieabbau, da stehen wir immer da so als Freizeitparlamentarier oder als Teilzeit- oder Feierabendparlamentarier. Wir sind nicht diejenigen, die in diesen ganzen praktischen Abläufen drin sind, um zu sagen, was muss man da eigentlich genau tun. Insofern wäre das aus meiner Sicht auch so eine originäre Aufgabe der Kammer, um da sozusagen noch mehr qualifizierte Vorschläge zu machen. Thema Olympia, ganz kurz. Wie viel Zeit habe ich noch? Ganz kurz. Ich glaube, wir sollten uns erstmal darüber unterhalten, ob wir Olympia wollen, bevor wir uns darüber unterhalten, wer das alles bauen soll. Weil ich habe einfach vor einer Situation Angst, drei Wochen Party für die Welt, 30 Jahre Kater für die Stadt Hamburg danach. Das muss man nicht auch bezahlen können. Keiner weiß, was das kostet. Die Kosten werden auch bewusst vom Senat nicht ermittelt, weil man jetzt hier erstmal eine Kampagne fahren möchte, wo drinsteht, wir wollen Olympia, damit sich der Deutsche Olympische Sportbund aufgrund einer Infratest-Umfrage dann für Hamburg und gegen Berlin entscheidet. Und deswegen wird bewusst über die Kosten geredet und über die Finanzierung. Und das ist aus meiner Sicht zwingend, bevor man sich über Gedanken machen kann, über Datenbanken, wo dann auch Handwerksbetriebe bei partizipieren. Also, wir haben ja, und das ist, finde ich, wir haben ja sozusagen im Bereich Investitions- und Förderbank in dieser Legislaturperiode so ein Modell gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt irgendwie One-Face-of-the-Customer für die Förderprogramme. Und bei der Frage der Wirtschaftsförderung, da haben wir ja, sagen wir mal, nicht nur die betrieblichen Wirtschaftsförderer, da haben wir irgendwie die Hamburgische Wirtschaftsförderung. Wir haben dann so Leute im Hafen, die sich da, HPA, Vergibflächen, UVHH und das kann man noch so ein bisschen weiter fortsetzen, die sozusagen alle sich irgendwie für Wirtschaftsförderung in Hamburg zuständig fühlen. Und da die Frage One-Face-of-the-Customer ist eigentlich eine Frage, die aus unserer Sicht so ein bisschen auch auf der Agenda steht. Und der zweite Punkt, der uns da auf der Agenda steht, ist die Frage, bei der HWF ist das sehr undurchsichtig, wie viele Neuansiedlungen und wie viele Sachen bekommt man eigentlich wirklich rein und warum kümmern die sich eigentlich um den Bestand oder viel zu wenig um den Bestand. Und genau das ist eigentlich ein großes Thema für uns, die Frage, was ist eigentlich mit der Bestandspflege und in diesem Zusammenhang auch die bezirklichen Wirtschaftsförderer. Herr Stemmann hat ja dazu auch einen entsprechenden Antrag in der Bürgerschaft gestellt. Und ich glaube, das Thema können Sie eigentlich nur lösen, weil es kostet einfach schlicht Geld. Weil wenn wir eine Situation haben, dass der Haushalt jedes Jahr nur um 0,88 Prozent wachsen darf, auch die Ausgaben in den Bezirken und Sie haben eine Behörde und das sind die Bezirke, die, ich weiß nicht, irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent Personalausgaben haben und Sie haben eine Lohnkostensteigerung von 3,2 Prozent, dann kommen Sie ja nicht darum hin, in irgendeiner Form Personal einzusparen, wenn Sie das wirklich umsetzen sollen, was auch nicht immer passiert, das muss man auch dazu sagen, sondern Sie müssen an der Stelle sozusagen zusätzliches Geld in die Bezirke geben, weil sonst ist die Handlungsfähigkeit vor Ort nicht mehr gegeben und dann fallen eben solche Aufgaben wie die Wirtschaftsförderung weg beziehungsweise die Leute, die das machen werden, mit anderen Aufgaben belegt. Das ist etwas, was wir in unserem Haushaltsvorschlag auch gemacht haben. Im Zusammenhang mit der Frage Meistergründungsprogramm, ich fand das ein interessantes Programm, das ist jetzt ja neu eingeführt worden, allerdings ist es auch so, dass es so ein bisschen diametral dem entgegengesetzt war, was man eigentlich sonst machen wollte. Sonst hatten wir eigentlich gesagt, diesen Wildwuchs an Wirtschaftsförderungsprogrammen, den es geben sollte, wollten wir eigentlich mal so ein bisschen eindampfen und dafür hat sich ja die SPD auch durchaus mal gefeiert zu sagen, Hamburg-Kredit und dann kommt dieses Wirtschaftsförderungsprogramm um die Ecke. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass es eigentlich nicht unsinnvoll wäre, das, wir haben es so formuliert, als spezielle Komponente in den Hamburg-Kredit zu integrieren. Ja, also wir halten eigentlich den Masterplan Handwerk für ein sinnvolles Forum, sozusagen erstmal den Austausch zu ermöglichen, um Dinge gemeinsam mit Zielvereinbarungen zu machen, um dann zu gucken, wie kann das eigentlich auch umgesetzt werden. Ich möchte jetzt auch nicht das alles wiederholen, was meine Kollegen zur Linken richtig hier gesagt haben. Aus unserer Sicht geht es zentral darum, im Handwerk Betriebsübergaben zu organisieren in den nächsten Jahren. Dafür braucht man Leute, die diese Betriebe haben wollen. Diese Menschen finden wir wahrscheinlich zunehmend im Bereich der Migranten. Es werden zunehmend weibliche Personen sein und das ist etwas, wo sozusagen sich dieses Handwerk öffnen muss. Und das sind sozusagen, damit verknüpft sind eigentlich die großen Themen, die aus meiner Sicht zentral für das Handwerk sind, so schön wie Smart City und wir können da noch was machen und Potenzialanalyse alles so ist. Das sind erstmal die Basisarbeiten, die wir, glaube ich, durchführen müssen. Und das ist da richtig, dass man da zum Beispiel, wenn wir jetzt die Migrationszahlen haben, die wir haben, dass man da eine viel größere Durchlässigkeit schafft und ausländische Abschlüsse wohlwollender prüft, ohne jetzt an Qualitätsstandards gleich ranzugehen. Ein weiteres Thema, was mich umtreibt, ist die Frage natürlich der Gewerbehöfe. Ich glaube, hier wäre das zentral, dass wir das schaffen, Gewerbehöfe gleich von vornherein in neue Stadtentwicklungsprojekte zu integrieren. Ich denke da ganz konkret an den Hamburger Osten. Das ist ja das, was die Stadt jetzt demnächst angehen wird. Das ist sozusagen prädestiniert auch dafür, dass dort Handwerk stattfindet, sodass wir das schaffen können, sozusagen diese Entmischung von Wohnen und Gewerbe wieder aufzuhalten und umzukehren. Und das ist ja eine Stadt der kurzen Wege, die wir aus vielerlei Hinsicht wollen. Gerade als Grüne ist man ja sozusagen da sehr stark daran interessiert. Aber ich glaube, das steigt auch die Lebensqualität einfach, wenn man da nicht so viel hin und her fahren muss. Ein Thema, was mich noch umtreibt, das ist so ein bisschen die Frage der Zahlungsmoral der Stadt. Die öffentliche Hand ist ja sehr gut darin, Geld einzufordern, wenn sie das Geld haben möchte, so der Fiskus und auch die Sozialkassen. Und ich glaube, man sollte vielleicht überlegen, ob man nicht auch eine Benchmark zur Verbesserung der Zahlungsmoral der öffentlichen Hand in so ein Masterplan-Handwerk aufnehmen kann. Und ein letztes Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist, das haben wir parteiübergreifend so ein bisschen bewegt. Das sind die Fragen der Azubi-Wohnheime. Ich fand das jetzt überfällig, dass da was passiert in dem Bereich. Allerdings, wenn ich mir angucke, wie viele Leute in Ausbildung sind und was wir dann am Ende des Tages haben werden, da geht auch noch mehr, wenn man das möchte. Und da würde ich mich freuen, wenn wir sozusagen auch parteiübergreifend weiter vorankommen würden. Ja, ich hatte mich ja eben schon zu dem Thema eingelassen. Aus meiner Sicht sind die Schlagworte Qualifizierung, Durchlässigkeit, Öffnung und aufsuchende Arbeit. Qualifizierung ist ja das, was Sie hier an dieser Stelle angesprochen haben. Das ist natürlich die Frage, dass Sie insgesamt das Handwerk weiter qualifizieren müssen. Die Berufe werden komplexer. Wir müssen gucken, dass die Schulabgänger irgendwie besser ausgebildet sind. Da gibt es sozusagen viele Handlungsleitlinien. Insofern ist es sozusagen im Grundsatz, begrüßen wir diese Programme. Gleichzeitig ist es so, als Qualifizierung ist natürlich im Handwerk der Meister das Prädikat. Und gleichzeitig müssen Sie natürlich gucken, Sie setzen sich zurecht dafür ein, dass Meister zum Beispiel es ermöglicht wird, hinterher vielleicht zu studieren. Und die Frage ist halt, wenn jemand aber schon phasisch studiert hat, aber es doch abbricht, muss der jetzt eigentlich wieder Meister machen, um dann einen Handwerksbetrieb zu bekommen. Da, sage ich mal, kann sich jeder selbst prüfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch die Durchlässigkeit noch ein Stückchen erhöhen kann. Die Öffnung hatte ich eben schon angesprochen. Ich glaube, die Situation ist so, dass 25 und 23 Prozent gut sind. Allerdings muss natürlich aussehen, wenn man jetzt in eine Schule guckt, dann rennen wir da auf die 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund zu. Also das sind sozusagen die Dimensionen, über die wir uns da unterhalten. Und ich glaube, dass wir deswegen eine Aufgabe mitzunehmen haben, die wir alle miteinander mitzunehmen haben und eigentlich auch in Berlin lösen müssen. Das ist nämlich die Frage, die aus meiner Sicht ernsthaft ansteht. Das ist die Frage, kann sich dieses Einwanderungs- und Zuwanderungsland Deutschland auch mal Zuwanderungsrecht geben, indem es sich nämlich auch über die Frage unterhält, gibt es nicht nur humanitäre Zuwanderung, sondern welche Zuwanderung wollen wir eigentlich sonst noch? Ich glaube, das ist eigentlich etwas, was ganz, ganz dringend ansteht. Und dann kann man sich sozusagen vielleicht auch noch qualifizierter über die Frage da unterhalten. Und dann wird das Potenzial an dieser Stelle auch größer. Und ich glaube, was Sie auch machen müssen, ist das Thema letztlich, Sie müssen in die Schulen und Sie müssen die Leute vom Handwerk begeistern. Nur so bekommen Sie am Ende die Leute, die Sie auch haben wollen. Es ist einfach so, wenn das in die Nachfrage sinkt und das Angebot gleichbleibend ist, muss das Angebot halt mehr tun, um die Nachfrage zu befriedigen. Das ist leider so.